Leute, hab ich dir gegeben, Ingenieurs! Und ein sonniges Willkommen meinerseits. Oder ein verpenntes Willkommen. Na ja. Guten Morgen, Mario. So ganz bin ich jetzt noch nicht Mario. Und siehst du, was da drinnen ist? Ja. Also nach dem, nach dem, was wir bisher angestellt haben, kann ich es mir gut vorstellen. Mhm. Nach dem, was wir gerade gesehen haben, nur ein Glitzerding. Das Geräusch macht. Ja, jetzt muss ich nur noch die Raketen diese finden. Und keine Ahnung, wo die ist. Sag ich ganz ehrlich. Äh. Er pfeift ganz gechillt zur Musik mit. Ja. Kannst ziemlich gut pfeifen. Danke. Hab ich von meiner Oma gelernt. Schon von jungen Jahren her. So, bist jetzt aber auch nicht. Nein, aber ich hab eigentlich recht früh pfeifen können. Ein Ding gesetzt zu meiner Schwester. Die bis heute nach ihrem, nach ihrer Wertung her nicht pfeifen kann. Äh. Wie wir das selber wissen. Na aber ich glaube, ich kann immer noch besser pfeifen als singen. Boah, ich kann mit singen überhaupt nicht. Ey, mich nervt das so ab. Wenn irgendjemand sagt, komm lass uns singen. Dann denk ich mir, ach weck mich noch am Arsch. Mhm. Aber bestimmt nicht. Also singen tue ich noch lieber persönlich als tanzen. Weil tanzen für mich halt ein Ausdruck der Gefühle von anderen ist. Aber nicht für mich. Zumindest nicht das... Warte mal, hab ich da ganz gut... Oh, einen blauen Vogel gesehen. Hm. Da haben wir schon so einige entdeckt. 24. Na ja. Mehr als ein bisschen. Insignien. Na ja, is er in die Logik, weil es gibt ja auch wesentlich mehr... äh... Blau Münzen, da es es Insignien gibt. Naja, aber sie sind teils schwieriger zu entdecken. Naja. Das gehört mit dazu gesagt. Das ist meiner Sache nach Ansichtssache. Manche finden das, was... Die Insignien sind schwieriger. Manche finden es schwieriger, die blauen Münzen zu finden. Die natürlich auch immens... Zum Spielgeschehen natürlich beitragen. Hopp, rein mit dir. Hehehe. Er hat auf deine Anweis mit Okidoki geantwortet. Porto di Oro. Riesenärger mit dem Riesen-Blubber. Blubber, nicht Blubber. Blubber. Nein, wir sind hier nicht bei Pokémon, wo wir uns im Shiggy anweisen, es soll Blubber ausführen. Boah, den Babbelstrahlen habe ich immer gehasst. Das war so eine Drecksattacke. Das ist so eine tolle Attacke. Blubber. Einmal nur ein paar Seifenblasen. Ja, vor allem, was das einen Schaden macht. In der neuen Generation, glaube ich, macht das 20. Früher hat es 40 gemacht, oder? Kann das sein? Was weiß ich vom Pokémon? Nee. Ich hatte auf jeden Fall immer eine Attacke mit 40 Schaden in Erinnerung. Und, denn irgendwann haben sie es, glaube ich, auf 20 reduziert. Ja. Schon möglich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nur, dass Tackle von 35 auf 40 hochgestuft wurde. Ja, kann schon sein. Hä? Könnt's gleich mal hergeben. Das brauche ich sowieso. Da wieder ein M um links. Naja, ich muss mich erst mal in Sicherheit bringen. In jeder Welt gibt es eigentlich irgendwelche speziellen Gegner, die für den Dreck verantwortlich sind. Und natürlich werden wir uns auch bemühen, also ich zumindest. Daher suchte ich nicht nach den blauen Münzen. Oder nur zum Teil halt. Was hat's dann? Mario zieht gleich den ganzen Arm rum. Oh! Die große Frage ist doch, warum hat das arme Tier denn auch Tinte auf dem Gesicht? Boah. Ist das eklig. Die werden dir als für ein Muskelprotz machen sein muss. Ja, komm! Greif das endlich mal halbwegs. Komm schon! Uuuuh! Oh! Jetzt ist der Korken gezogen. Ja komm, er macht's ja mit Absicht. Oh, weg mit seiner Mom! Wir sind beide wieder hundertprozentig angespannt. Ja. Obwohl ich nichts zu tun habe. Ich hasse den Kampf ja so oder so. Auf Wiedersehen! Geh zurück ins Meer! Und fall voll in deine eigene Größe. Ja, das ist ausnahmsweise ein Postkampf, den ich persönlich mag, weil der gegen Mutant-Tirano ist zwar abwechslungsreicher, aber nicht ganz wirklich meins. Ich mag irgendwie beide. Ne, mir ist ein Tintenfisch lieber. Ja, aber das ist Ansichtssache. Ja. Ja. Ich meine, du hast jetzt nicht viel von der Welt gesehen, deswegen kann ich dich nicht einmal fragen, was du davon hältst. Haha. Du scheinst ziemlich erledigt so sein. Ja, das bin ich. Machen wir nach der zweiten Welt Schluss. Mhm. Ich werde dann die dritte und die vierte anreißen, dann machst du deine zwei Sterne in den beiden Welten, dann machen wir weiter. Also, er wird auf jeden Fall bis zum Postkampf, bis zum ersten Postkampf wird er dabei sein. Den muss man nämlich zweimal machen und er führt das erste Mal den Postkampf, ich das zweite Mal. Ja. Und ich werde jetzt schon sterben. Nein. Damit wir nachher nicht zu viel Zeit für heute. Also, ich werde morgen gleichfalls auch wieder Let's Playen, also wir haben jetzt den 26. 27, 28 wieder das komplette Let's Play gedreht. So. Und jetzt Achtung, weil jetzt kommt eine Mission, die äußerst scheiße ist. Also, was, was man jetzt machen muss, ist ein bisschen scheiße. Ja, jetzt bringt einem die... Ja, an das kann ich mich noch erinnern. Ja, da haben mehrere gesagt. Das stimmt, ich bin der Blooper-Surf-Guru. Magst du das Surfen, schnapp dir einen Blooper und probier's. Ah, eine Kleinigkeit noch. Ich hafte nicht für Unfälle. Viel Spaß, Kumpel. So, für welchen von den drei entscheiden wir uns? Grün nehmen wir mal nicht, rosa, mehr was für die Mädels. Gelb ist schon neutral. Ja. Man darf im Übrigen kein einziges Mal irgendwo auch mal ansatzweise dagegen fahren. Deswegen. Das ist sauschwierig. Und das Blöde ist, man wird jedes Mal aus der Welt rausgekickt. Sollte man tatsächlich verkacken. Wieso das so ist? In Mario 64 fliegst du ja auch aus den Welten. Na gut, das stimmt. Das haben die erst ab Galaxy wieder eingeführt, dass du das nicht komplett neu machen musst. Allerdings, wenn du es am Anfang verkackst, ist es nicht so schlimm. Man kann mit diesem Blooper auch relativ enge Kurven nehmen. Ich weiß zwar, was man machen muss, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie es zu machen war. Also ich weiß nur, man muss einen Parcours absolvieren. Einmal in einer bestimmten Zeit und einmal muss man, glaube ich, noch einmal eine andere Zeit unterbieten. So, jetzt die blaue Münze. Ah! Egal, zuerst die Mission. Die kann ich immer holen, das ist wurscht. Da haben wir es. Yippie, möchtest du ein wenig surfen, kleiner? Komm schon, komm schon, Baby, gib's mir. Nee, Spaß. Such dir einen Blooper aus und spring drauf los. Zeig mir, was du kannst. Ähm. So eine Dance-Move. Glaubst du mir, das ist gar nicht so einfach. Ah, da kannst du jetzt drüber. Naja, aber du musst das Ganze in einer ganz geringen Zeit absolvieren. Weil, wenn du einmal das machst, bist du kaputt. Aber ich war jetzt schon mal ziemlich weit. Mhm. Und ich darf sogar... Okay, das darfst du von hier. Das ist gut. Das ist wenigstens fair. Und zwar, glaube ich, kann man mit dem Blooper sogar noch beschleunigen. Was ist eigentlich, wenn du ohne Blooper da entlang lödelst? Äh, positiv. Ja, auch nicht. Okay. Also, du könntest dir zuerst schon in Ruhe den Parcours anschauen. Tja, ich sterb so ganz an einem Scheiß mit hin. Mhm. Und die Steuerung macht das Ganze nicht einfacher. Ja. Das ist eine richtig geile Kamera. Ja. Ja, aber so kannst du die Kurven ziemlich gut nehmen. Die Hinterrisse kann man auch relativ... Ah. Ja, das geht, das weiß ich. Ich weiß leider nicht in welcher Zeit. Jetzt sagen wir mal unter 50 Sekunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht, ob er einem dafür einen Preis gibt. Tja. Ja. Ich glaube nicht mehr... Gib ein Splanschbecken. Hahaha. Ja, aber immerhin er lässt einen dann ohne einem ein Leben abzuziehen. Ich glaube ich wieder raus. Das braucht man doch nicht. Also ich glaube man muss das Ganze in unter 30 Sekunden schaffen. Unter 30? Äh, es ist möglich. Es ist möglich. Es ist hart. Aber es ist möglich. Pfff. Obwohl, also wenn du mich fragst dann eigentlich auch schon eine Z-Mission wäre. Oder war es sogar nicht sogar eine? Ich glaube man muss es in unter 40 schaffen und dann nochmal in unter 30. Ich hätte eigentlich eher gemeint in unter 50. Aber ja. Immerhin sehen wir es positiv. Ich habe mal eine Chance die Bleu-Münze zu kriegen. Die brauchen wir auch noch. Stimmt. Wie ich da einfach gar nichts krieg. Und mal wieder nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir das bei dem Versuch wieder schaffen werden. Okay und los. Wobei ich mir gerade bewusst werde, dass ich nicht verkacken darf. Ja genau. Ja Mario. Steuert doch bitte nicht so behindert. Steuert bitte nicht so behindert, okay? Bevor sich Mario überlegt, ob er nach links oder rechts fahren möchte. Ich drück nach links. Ey, falls wir gerade aus. Wie zählt das nicht? Donut – oder nicht. Brokez, das ist jetzt. Der hat schon den ganzen Tag mit den Mitleidern gefahren. Ja, da hab ich mir aber auch Zeit lassen. Vielleicht ist er kontrolliert da. Na, also! Unter 40. Ich weiß nicht, ob man es da bei der Schnellen in unter 30 schaffen muss. Aber ich weiß, es gibt eine Zusatzmission, da muss man das, glaub ich, unter 30 schaffen. Das kann ich aber eh gleich nachschauen. Nö, 40 Sekunden. Das machen wir es ja schon. Ja. Aber ich glaub, die kommt erst, wenn du das zweite Mal reinfasst. Aber das machen wir jetzt gleich, hätte ich gesagt. Natürlich. Warte kurz mal, hast du die Z? Hast du die Z? Hast du die Z? Oh, ich hab wahrscheinlich die Z. So, was ist das? Nein. Das ist eine andere Mission. Er hat eine andere Z. Ich glaub, du hast... Ja, du hast die eingesperrte Insignie, richtig. Und wieso ist der eingesperrt? Keine Ahnung, mal logisch. Ja, du hast die Z. 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 Musik 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 Halt dein mal Mario Musik Ich glaube es nix einmal bevor wir spielen hol ich mal einen Haufen Warnups Musik Musik Und ich lass mir morgen die Augen schneiden das nervt Musik Warte kurz das ist deine Mach du deine Ok Ok Leute wir haben das nicht geschafft Einen Fehl haben wir ja Einen Fehl haben wir ja gezeigt das macht er seine Mission mal Yo Das ist auch normal was der da abzieht Hm Das warte ich nicht schon an der Stand ist halt nicht Ja musst du nicht Ja heute kannst du Nein Hahaha Ok Ok Ich halte mich nicht an das was ich zu tun habe Und Kriegst deswegen nicht hin Soll ich da raushelfen Nein Ich muss das schon nie hinkriegen Stell dich auf die Stauerträger Sonst spring einfach hoch Ja Hm Ich hätte auch einfach ganz von Anfang an mit der Stange reisen können aber Jetzt konnte ich ein bisschen an meinen scharfen Warnkünsten fallen Da warte ich jetzt mal lieber Was glaubst du eigentlich warum die Objekte da sind Wenn du nicht unbedingt Wow Die Riesen Alles verkrabbelt Mega Haha Hier geh nicht vor allem diese Drehtüren aus den Warte da rum ist die Stange Da rum ist die Stange Wo Hinter dir Oh Na Aber was glaubst du warum es hier so viele Passagen gibt wo du die Düse eben nicht brauchst Zumindest diese nicht Oh 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 Weil es eine extra Mission gibt ohne Düse Nein Warte Äh Soll ich Drehen einfach Da bleibt die Uner und Stunden Und ja aber unten bleibt er stehen Äh Ja So geht so auch Ja Kann ich jo Ja Zumindest wenn du dich anstrengst Einfach die Düse aktiv Du kommst ein paar Meter hoch Guck 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 oder hat sich so geheißen egal du musst erst die raketen lese wegen soll ich dir raussuchen kann jemand das auch aufladen er nimmt so ja ich beidrückst du musst sie finden ist ihm oben ich habe es für tipps geben er soll werden kreisler und ist schon mal nicht schlechter immer ist die trust aber um ist sie nicht da ist sie als weniger besuchen sie mich da ist ja nicht dann könnte sie wahrscheinlich unten sein ja und sonst ist nicht schlecht kann ich irgendwie die kiste zu stellen ja mit der stammverpackung aha okay das wusste ich selbst nicht wenn es zu verhalten macht sich doch irgendwas bezahlt so da ist ein M muss gut sein ich möchte das M löschen ich möchte das M löschen ja dann drück kreis du bist doch viel bequemer so das stimmt mal vor allem die Münze dem wasser diese schon kurios m er hat sich ab warte siehst du auch das gut das funktioniert noch nicht das muss rot sein so kommt man immerhin scheitert aus dem Wasser muss man sich nicht so ab Karten wie wir mit denen so die Krabbeltierchen hier nur wo ist jetzt die Raketenlüse ich will nicht wenn sie hier drin wäre würde ich schon irgendwo durchschimmen dieser Festlauf ok das ist ein super toller Tipp so um das M kümmere ich mir am besten auch gleich ok dieses M möchte ich aus unerfindlichen Gründen aus unerfindlichen Gründen so aus 4 da oben da oben da oben hier wahrscheinlich auch nicht war der Blubber gefangen die Mörder wir haben vor allem Riesenblut aus dem anderen genommen wir haben Spitzenkala war hat das die Turbo das ist die Turbos die Welt die Bruchten auch n mehr verkehrt wird er findet sie nicht das wusstest du nicht das hat dir natürlich niemand gesagt gibt doch noch eine die wilde im büttemberg der aber da kommt man so noch nicht hin das und das anderen zu tun die rakettentüse sollte auf einem der dächer sein wenn ich mich nicht ihre aber klar war es nicht das ist ein bisschen schwierig ich alle drüben ist sie mehr das ist auch nur rot und da wo sie eigentlich sein kann aber nicht muss mal habe ich jetzt den kompletten bläcker oder tja wenn wir schon zwei ich hätte schwören können dass die hier war egal wie sie mir in den blau ist eben das ist ja auch schon mal was wert ok gut leute beschleunigen aber jetzt die suche fünffache geschwindigkeit ne geht nur maximal vier dreieinhalbfache geschwindigkeit das vierfach mann das aufgeben und dahinten ist auch ein blau nix zwei die zweite die er ist der 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 die 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 Sag mal, wo ist denn da wirklich die Turbodüse? Ah, die Raketendüse. Nee, das ist wieder nur so eine falsche. Ja, da ist noch eine blaue. Und wie sehr, sehr viele blaue sogar. Und wie sehr, sehr viele blaue sogar. Und wie sehr, sehr viele blaue sogar. Wuh, 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 wuh. Wuh, wuh... Wuh, wuh... Wuh, wuh! Wuh, 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 wuh! Wuh Ich glaube, dass es necessary. nun kommt so ich super finden das ist auch geil ich glaube die braucht nur dafür gar nicht ich glaube wir haben gerade herausgefunden dass man diese düse und trotzdem spielst du jetzt für mich weiter weil der wind da ist sonst würde ich vermutlich nicht machen aber ich habe angst dass wenn wir jetzt schon hier oben sehen das war knapp geschafft ok gut seine mission ich wollte ihm die raketen wieder zeigen dann habe ich versehentlich die mission beendet und heute hier ist ja schon mit der absicht auch zum teil auch meine finger knacken schon zwei hast ja du noch so gesehen dann ist los für heute dann leute habe ich dir die game engineers und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal